wir haben jetzt was schönes für sie zum verwöhnen und entspannen unser gadget des tages und das kommt gleich im zweier set zu ihnen nach hause wenn sie möchten eine riesen empfehlung meinerseits weil ich stehe ja total auf massage auf entspannung ja es ist aber manchmal auch so dass die muskulatur so ein bisschen verspannt ist dass man denkt auch die beine tun einfach weh da muss einfach mal so ein bisschen gedrückt und massiert werden und dann ist keiner da der es machen kann schauen sie mal unser gadget des tages und zwar gleich im zweier set und damit können sie sich selber so ein bisschen massieren und verwöhnen ist das nicht toll ja ich glaube auf massage und vermöhnung steht einfach jeder oder deswegen zweier set ist da auch sinnvoll quasi für sie und ihn für sie und für ihren partner so wie funktioniert das ganze sie sehen da oben an der spitze da haben wir diese sieben rollen und jede dieser sieben rollen hat noch mal in sich sechs massage köpfe die sind aber ganz ganz weich also das jetzt nichts hartes also richtig so flexibles gummi so muss man sich das quasi vorstellen und dadurch ist das unendlich sanft wenn man damit über die haut fährt das kann man natürlich auch direkt über der kleidung machen wie die karte das jetzt hier demonstriert aber natürlich auch direkt auf der haut und das ganze eben jetzt nicht nur mit diesem kurzen stöckchen sag ich mal dass sie da jetzt sehen sondern das ist ein teleskop griff schauen sie sich das mal an ausziehbar auf bis zu 57 oder sagen aber rund 58 cm 57,5 rund 58 cm das heißt damit erreiche ich natürlich auch genau die partien an die man selbst so gar nicht rankommt entweder unten an den beinen oder der klassiker auch hinten so auf dem rücken kennen sie wahrscheinlich auch so diese schulterpartien oder da hinten zwischen den schulterblättern wo man so gar nicht rankommt das ist eben das ideale sie kommen jetzt einfach selbst überall ran ganz entspannt ganz angenehm und dadurch dass jetzt hier diese massage rollen über die haut gleiten habe ich ganz einfach eine anregung der durchblutung das ist das was das bewirkt es fühlt sich gut an und es tut auch gut weil eben in diesen entsprechenden passagen hier jetzt die durchblutung angeregt wird und die muskeln dadurch dann entspannen können also wenn sie zum beispiel nach einem langen tag im büro sagen bohr heute mein rücken bringt mich ja wieder mal um oder vielleicht auch die beine wenn sie lang gelaufen sind oder gestanden haben die waden zum beispiel einfach mal ein bisschen massieren oder sich vielleicht auch gegenseitig massieren geht natürlich auch es kommt ja wie gesagt im zweier set teleskopstab und rollen und alles komplett für 4 euro 66 also einmal für sie einmal für ihn perfekt oder super schön oder macht riesig viel spaß fühlt sich toll an und man kann es am ganzen körper verwenden ja überall egal wo durch diese teleskopfunktion wirklich perfekt für sich selber auch mal mit dem partner ausprobieren finde ich eine ganz ganz schöne sache also perfekt auch wenn es mal irgendwo juckt oder so ist das ganz ganz angenehm durch diese schönen rollen also testen sie es mal aus ja unser tolles gadget des tages für sie im zweier set das muss man einfach haben also gleich bestellen und dann sich schön verwöhnen 4 euro 66 für zwei auch noch vielleicht bestellen sich auch gleich zwei sets können sie vielleicht den einen oder anderen mal verschenken an freunde oder bekannte das natürlich auch eine schöne sache weil sowas tolles hier das will glaube ich jeder haben sie sehen ja diese kleinen rollchen hier oben das ist so ganz weich und flexibel also sehr sehr angenehm das ganze ich denke man könnte das auch mal mit ein bisschen öl probieren das ist auch sehr sehr angenehm also zwei stück für 4 euro 66 die nx 81 87 569 das ist die bestellnummer für sie geht wunderbar auf der kleidung aber auch perfekt auf nackter haut fühlt sich fantastisch an also ich habe sie getestet ist wirklich sehr sehr schön mag das gerne an den beinen zum beispiel am rücken sehr sehr angenehm wenn sie das machen ganz ganz toll zweier set für 4 euro 66 unsere tollen ausziehbaren massage rolle roller hier bei uns im gadget des tages da muss man zugreifen die telefonnummer für sie die 01 80 51 51 drei mal die zwei und dann kommen zwei davon für 4 euro 66 zu ihnen nach hause zwei stück sie dürfen natürlich auch gleich zwei oder drei von diesen zwei ersatz bestellen weil diese natürlich auch eine tolle tolle geschenk idee so war es mal zu weihnachten zum beispiel auch ist ja fantastisch also verschenken sie eine massage sie